durch Geräusche Echt? Echtes Schlagzeug? Das für dich, das für dich! Oh, weil du einen Sniper hattest, dachte ich Ja, ich nehme jetzt einen Sniper, um Josh abzusnipen Ich glaube, er schlagt Ach, du nervst sowas von Ah, ja Aber die Map bockt mich schon Die bockt dich? Lass mal gleich zu zweit in das Spiel reingehen, Jonas Privatsphäre auf, nur mit Einleitung Du kannst mich machen Das finde ich, das finde ich Das ist Josh Oh, scheiße Wieso ist mein scheiß Ziel 4 echt nicht explodiert? Oh, ich bin im Scheiß Nice Oh mein Gott Wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist es total vertefelt und so, voll edel So, jetzt spiel ich Schlagzeug Ist ja krass, man hört es halt voll, ne? Ja, das will ich ja die ganze Zeit zeigen Aber dann gibt es da so einen Kackspass, der einen die ganze Zeit klingt Wer? Wen meinst du? Lass mal ein Lied machen Einer spielt die ganze Zeit die Hände Josh, was soll denn die Kack hier? Hammergeil Sieg Können wir noch ne Map uns angucken? Klar, aber ohne dich Guck mal wie geil Ich dachte, er ist da, liegt er So, ihr hört mich noch, oder? Na, aber mit mir bitte Ich will vielleicht wieder mitmachen Nö Ist doch viel witziger Kann man sich die Map gar nicht angucken Doch Au revoir